Hallo Leute, willkommen bei einer weiteren Folge Greedwall. Wir spielen natürlich hier in unserer Arena weiter. Mir ist mal aufgefallen, dass wir auch erstmal hier gegen die normalen Monster angreifen können, dass es dort mehrere Herausforderungen gibt. Ich denke, wir machen das auch erstmal, bevor wir gegen die, ähm, da ist das. Mit dem Jäger kämpfen gegen diese anderen Monster. Die waren echt stark, muss ich sagen. Erstmal gucken, ob wir hier noch das Level voll kriegen. Ja, Astrein. Wenn das Spiel mich erhört hätte. Aua. Oh, da haben wir es aber perfekt auch gelockt bekommen. Habe ich gar nicht gerechnet. Bebeam. Und dann da hinten noch. Wunderbar. Zweite Herausforderung haben wir auch geschafft. Gut, dann akzeptieren wir. Die dritte Herausforderung. Ich glaube, Vorsichtshaber speichere ich jetzt lieber einmal. Nicht, dass, äh, irgendwas dazwischen Gerät gleich. Man wieder alles doppelt machen darf. Und wieder runter. Ii, was sind das für ekstige Fledermäuse? Oh mein Gott, halten die viel aus. Ruf. Eben mal ruf. Ah, der hat so versucht. Kommt in Grieber. Aua. Oh, die nächste Fledermäuse ist mir einfach am Rücken. Ach, meine Züge, jetzt halten sie sich zum Glück ganz gut. Aua. 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 Oh mein Gott. Zieht das Gift derbe runter. Gut, dass wir gerade eben gespeichert haben. Sonst wäre das schon wieder hier. Ein bisschen schlecht gewesen. Weiß ich was, gut am Videospielen. Man hat mehrere Leben. So schnell wäre das Abenteuer schon vorbei. Oh mein Gott. Und weiter, und weiter. Ist ja bald wie ein Maschinengewehr. Und mir fehlt einfach ein bisschen. Einen Tick noch, um den umzubringen. Oh, endlich. Und meine Teammates machen irgendwie bedeutend mehr Schaden. Ich meine, wenn ich jetzt von Nint als Magier daraus schießen kann, ist das echt erst rein. Aber ansonsten habe ich ein absolutes Mana-Problem. Oh mein Gott. Und noch eine weitere Fledermaus dabei. Also, andersfarbige Fledermäuse. Lauf, 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 lauf. Guter Hörn, bis Mana hier einsamen können wir derzeit. Aua. Ja, Kuh, müssen wir auch hier einmal benutzen. Unsere Team ist halt nicht echt gut, würde ich sagen. Ähm, wir vergessen zu skillen. Wir haben noch der Level ab. Wir meinen ja auch noch immer skillen können. Werfen wir ein bisschen einfacher an. Zack. Und eine große Fledermaus. Ich hoffe, wir nach diesen Herausforderungen, die sie ganzen Herausforderungen erstmal abgeschlossen haben. Ja, ihr habt ihr was bezorben. Aua. Aua. Also, welche, die mich ansprungen hier. Ja, die da oben. Na ja, wen haben wir die schon mal getötet? Boah, diese Gift-Dinger hier. Ich hab' gar nicht aufgemacht, dass die Mates hier nicht sterben. Einfach zu wenig Mana. Nicht genug Mana. Ich brauche andere Attribute oder sowas. Boah, Siron hat's erledigt. Hoffentlich ist hier nicht ganz gestorben. Bin ich mal gespannt, ob die gleich wieder steht nach dem Kampf oder ob die wirklich verstorben ist. Oh nein, Gift. Ich nehme mal hier den Heiltrank. Und tut da vier hier. Wir sind ja vorhin schon mal am Gift gestorben. Oh, ne, mit Heiltrank haben wir's überlebt jetzt. Akzeptieren. Boah, wie viele Herausforderungen gibt's denn hier noch? Also, das hat man verpflichtet. Nein, wir haben ja gesagt, wir wollten alle fertig machen. Die Viecher werden immer ekliger. Ähm, wir wollten noch skillen, hatte ich doch gesagt. Was ist das denn hier? Benötigt zwei Punkte, die haben wir nicht. Ja. Attribute haben wir auch nichts zum skillen. Und Talente auch nicht. Ja gut, somit hat sich das auch erledigt mit den Talenten. Juhu. Hässliche Hunde hier. Macht der so viel Schaden. Oh Gott, warum schieße ich immer versehentlich auf die Falschen? Egal, was ich nur in dem Spiel habe, ich habe immer irgendwie so ein Target-Problem. Ich weiß auch nicht. Wenn ich jetzt hier an das andere Spiel denke, dann hatte ich halt ähnliche Probleme. Immer die Target-Ziehe, dass die nicht so klappen, wie ich es wollte. Aber was machen denn hier die Team-Mates? Komm schon. Zocker, 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 zocker. Zocker, zocker, zocker. Jetzt gibt es auch noch hier schon bei. Oh mein Gott. Immer doof, doof, doof. Aua, aua. Die einen spruchten wir halt an, die anderen rollen sich mal am Boden. Heftig. Heftig. Haben wir jetzt hier wieder gemischt angegriffen. Ich glaube, ja. Einmal den, einmal den. Ihr spurt mich hier schon wieder an. Meine Team-Mates halten sich ganz gut. Ja, jetzt töte den doch erstmal, erstmal einen schon mal weg. Dankeschön. Aua. Aua. Oh mein Gott. Darf du nicht wahr sein hier? Und los jetzt. Kommt schon. Kommt schon. Wir werden... Macht sie fertig. Mein Gott. Darf nur nicht wahr sein. Ey, echt hartnäckig die Fiege. Und die Sprung... Was hier ein Anspruch ist. Das ist echt ekelhaft. Oh, das haben wir mal geblockt bekommen. Das ist wieder nicht. Oh mein Gott ey. Gut, dass es kein Mana kostet, das blocken hier. Was macht denn hier meine Team-Mates? Könnt ihr mal jetzt so ein Vieh bitte abnehmen? Boah. Schleunigsten Haltern. Danke. Und jetzt tötet diese Mistfliecher. Bitte, 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 bitte. Aber das ist echt heftig. Wir sind nicht mehr einfach. Aber wir haben schon wieder Level Up. Das ist gar nicht mal schlecht. Ja, natürlich skillen wir mit Schritt und Attribut. Können wir auch irgendwas wieder skillen. Ähm, ja. Mentale Kraft, magischer Schaden. Ein bisschen Stärke wäre vielleicht auch mal nicht schlecht. Beweglichkeit. Kraft, Betäubung, Rüstung. Ja, das machen wir eigentlich nicht. Physischer Schaden brauchen wir eigentlich auch nicht. Ja, in dem müssen wir ja wirklich hier drauf gehen. Und unsere magische Kraft noch ein bisschen erweitern. Ich speichere mal Vorsichtshalber. Das finde ich super von hart hier gerade. Ähm, speichern. Ja, überschreiben. Gut, und weiter geht's. Wir haben all diese Totenköpfe. Juhu. Egal auf wen, einfach auf irgendjemandem Hauptsache Schaden machen. Und nochmal. Wow, 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 wow. Mal fast voll. Er hat mal schleunig hier aufs Maler rausjagen. Bevor wir hier wieder im Kreisweg rennen. Laufen. Auf irgendjemanden. Unsere Team... Oh, unsere Teammates. Meine Teammates halten die ganz gut eigentlich. Muss ich ja... Muss ich ja gestehen. Oh, der Team ist ja nicht mehr. Ich hab mir echte Probleme. Oh, der erste Sword. Aua. Hat's mal nicht wirklich Schaden gemacht. Ich weiß nicht, wie wir es geblockt bekommen haben. Oder ob das jetzt ein anderes Fehler war. Aber war schon, äh... Hat eigentlich, wie er eingetroffen hat. Oh, mein Gott, wir rennen wieder hinter mir, hinter uns her hier. Okay, ich bin oder Magier, nicht mehr angreifen. Wir haben doch hier einen Tank-Bike. Oha. Gut. 0 geblockt bekommen. Ja, man muss das richtig teilen. Das ist natürlich nur immer so die Sache, wenn man nicht weiß, wann die Animation zu Ende ist und man nicht in dem Raum beglocken muss. Ja, jetzt haben wir einen mal wirklich voll erwischt. Da kann was hier im Hintergrund beschrieben wird. Ah, wir haben einen mal geblockt bekommen. Wunderbar. Ah, wieder einer weniger. Ah, das ist nur noch der. Exzellent. Wow, die vierte haben wir auch bestanden. Akzeptieren und kämpfen. Jetzt gibt es auch noch eine fünfte. Ich brauche immer Pause. Das machen wir in der nächsten Folge. Haben wir hier weiter. Die sehen schon wieder sehr eklig aus. Wir speichern jetzt. Ich hoffe, ähm, ja. Die Folge hat so weit gefallen. Danke fürs Einschalten. Und morgen kämpfen wir hier in der Arena weiter. Vielen Dank. Macht's gut. Ciao.